Köln, in der beliebten ZDF-Trödel-Show Bares für Rares wird ein dreister Betrugsversuch aufgedeckt. Der Experte findet deutliche Worte. Horst Lichter, 62, greift anschließend knallhart durch. Günter Müller, 68, aus Brandenburg hat bei seinem Gastspiel im Pullheimer Walzwerk ein E-Malie-Werbeschild der Wandererwerke im Gepäck. Zusammen mit zwei weiteren Objekten hat er dafür auf dem Trödelmarkt satte 600 Euro hingeblättert. Als Lichter den vermeintlichen Schatz erblickt, ist er sofort begeistert. Das sieht ja fast neu aus, staunt der ZDF-Moderator. Wanderer, wer kennt es nicht? Die Firma habe Fahrräder, Motorräder und Autos hergestellt. Die waren sehr, sehr groß. Was zunächst vielversprechend klingt, entpuppt sich nur wenige Augenblicke später als absolutes Luftschloss. Detlef Kümmel, 56, bemerkt sofort, dass mit dem Schild etwas nicht stimmt. Im Licht würden die Farben so seltsam verwaschen wirken. Doch damit nicht genug, ein Test mit Desinfektionsmittel liefert Kümmel den Beweis. Wir haben hier keinen Rost, sondern Farbe vor uns. Die Rostflecken wurden künstlich auf den Lack aufgetragen, um die Werbetafel älter wirken zu lassen, als sie tatsächlich ist. Uff! ZDF-Experte stellt klar, hier ist in betrügerischer Absicht gebaut worden. Kurz darauf holt der Sachverständige dann zu einem absolut vernichtenden Fazit aus. Das Schild sei keine gut erhaltene Antiquität, sondern lediglich eine billige Reproduktion. Schlimmer noch, das Schild sei eine böswillige Fälschung. Kümmel betont, hier ist ein Schild angefertigt worden, um es alt wirken zu lassen. Sprich, um es als alt verkaufen zu können. Hier ist es in betrügerischer Absicht gebaut worden. Rums, Verkäufer Müller fällt aus allen Wolken. Diese Pleite hat er nicht kommen sehen. Wenn das nachgemacht worden ist, um Menschen zu täuschen, dann ist es eine Fälschung, bringt es Lichter noch einmal auf den Punkt. Gemäß den Regeln der Show darf er seinem Gast deshalb keine Händlerkarte geben. Der Auftritt ist beendet. Müller muss das TV-Studio verlassen und das Schild wieder mit nach Hause nehmen. Schade, denn als Original wäre das Wanderer-Schild tatsächlich bis zu 3000 Euro wert gewesen. Weißt du, was ich schlimm finde? fragt Lichter zum Abschied. Dass es immer nette Leute trifft. Ein schwacher Trost für den Brandenburger.